Guten Morgen zusammen, guten Morgen Thomas. Guten Morgen Eric, hallo. Morgen bleiben die US-amerikanischen Börsen geschlossen. Die Amerikaner feiern den Geburtstag von George Washington, der wäre morgen 291 Jahre alt geworden. Er hat es leider nicht geschafft. Thomas, du hast auch ein paar Jahre auf dem Buckel, aber du siehst ganz fit aus heute. Ja, danke, danke. Es freut mich. Ich habe morgen Routine schon hinter mir. Sehr, sehr schön. Ist das bei dir auch so, dass die Börsen in Österreich geschlossen bleiben, wenn du Geburtstag hast? Ja, wenn der Geburtstag an einem Samstag oder Sonntag fällt, dann auf jeden Fall. Alles klar, okay. Kommt vielleicht noch. So, bevor wir in die Materie einsteigen, wie immer lesen Sie bitte den Disclaimer unten in der Videobeschreibung. Ganz, ganz wichtig, alles, was wir sagen, ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung, Wertpapiere zu handeln. Wenn Sie es doch tun, dann machen Sie es natürlich auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung. Und Thomas, du hast wieder ein paar Charts mitgebracht bezüglich der Termine der kommenden Woche und auch noch eine kleine Analyse. Ja, genau. Wir müssen uns diesmal mit einer etwas anderen Grafik zufriedengeben. Earnings Whisper hat es noch nicht herausgeschmissen, die neue Folie. Deswegen schauen wir es uns jetzt auf Tradingview einfach an. Aber man sieht schon sehr schön, nächste Woche sind wieder ein paar Schwergewichte dabei. Bei NVIDIA zum Beispiel oder NVIDIA, Walmart ist dabei, Home Depot, Alibaba, Intuit, Medtronic, American Tower, Booking und so weiter und so fort. Also wieder einige interessante Earnings auf jeden Fall dabei. NVIDIA, ja, ein interessanter Wert, der auch im Heracus-Portfolio ist und der sehr, sehr gut gelaufen ist in letzter Zeit. Also das auf jeden Fall mal die Earnings der nächsten Woche. Und dann natürlich auch noch die Wirtschaftsdaten. Erik hat es schon angesprochen, Montag Bank Holiday in den USA. Aber dann geht es schon wieder Schlag auf Schlag. Wir haben nämlich am Dienstag den Flash Service PMI. Wir haben am Mittwoch die FOMC Meeting Minutes. Da gibt es ein paar Befürchtungen im Markt, dass da eventuell, ja, aufgrund der letzten PPI-Daten es doch zu einem wieder härteren Kurs der FED kommen könnte. Vielleicht geben die Meeting Minutes darüber schon Ausschluss. Dann haben wir die GDP-Daten am Donnerstag. Wir haben am Freitag noch den Core BCI-Price Index. Also fast jeden Tag ein sehr, sehr interessanter, interessante Wirtschaftsdaten, die rauskommen und die die Märkte natürlich auch dementsprechend bewegen können. Was ich noch gefunden habe in der letzten Woche und das will ich auch hier zeigen. Letzte Woche ist ja der Philly Fat Manufacturing Index herausgekommen, der hier sehr schön zu sehen ist. Und das ist die Historie bis 1970 zurück. Und man sieht, und dieser Philly Fat Manufacturing Index ist, glaube ich, auf einem Wert von 24 gelandet. Aber man sieht, dass dieser 24, wenn man da einen Strich zieht, das ist dieser Strich hier, ich mache ihn mal grün, dass immer, wenn der Philly Fat Manufacturing Index drunter gefallen ist, eigentlich eine Rezession gekommen ist. Das war 1970 so, 73 bis 75 ein bisschen verspätet erst. Auch hier 80, 81, 82. Also jedes Mal, wenn hier dieser drunter gefallen ist, dann ist irgendwann früher oder später die Rezession gekommen. Und ja, ob es diesmal auch so sein wird, wird sich natürlich zeigen. Noch steht er so ein bisschen an der Kippe. Aber ja, wir werden es in den kommenden Wochen und Monaten sehen. Das war es schon wieder von meiner Seite, Erik. Und damit freue ich mich schon auf deine Punkte. Okay, dann, ich habe drei Charts mitgebracht heute. Wie immer, erstmal einen Blick auf den Kassandra-Indikator, auch zusammengleich mit der Sektormap, die ich auch zeigen möchte. Also, der Indikator hat sich erneut verschlechtert letzte Woche. Also, man sieht an Histogramm hier, dieser schwarze Balken deutlich niedriger. Wir sind immer noch offiziell, sage ich mal so, in der neutralen Zone. Aber man sieht auch schon hier auf der linken Seite, dass die roten Flecken sich vermehren. Im Momentum-Bereich, im Marktbreite-Bereich, auch ein bisschen der Volatilität auch. Also, weiterhin hier Vorsicht. In der neutralen Zone ist es so, dass wir sowohl Long- als auch Short-Positionen eventuell in Betracht ziehen. Also, das ist so weder Fisch noch Fleisch, sage ich mal so. Man kann ein bisschen beides angehen. In beiden Fällen muss man natürlich vorsichtig sein. Eine Widerstandszone befindet sich momentan um die 416 Punkte beim SPY, wenn man den ETF betrachtet. Und ja, man sieht aber auch, dass die Märkte teilweise sehr, sehr schwach eröffnen an einem Tag, bevor sie sich dann erholen. Das war zum Beispiel am Freitag der Fall oder am Mittwoch. Also, das könnte auch ein bisschen so auch Widerstandsfähigkeit am Markt zeigen, trotz Nachrichtenlage, die manchmal die Märkte ins Schwanken bringen. Also, es bleibt alles sehr, sehr unsicher. Wir sind momentan in einer sehr, sehr engen Handelsspanne. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen und Wochen sehen, ob sich die Lage in die eine Richtung oder in die andere dann quasi entfaltet, um dann sich vielleicht neu zu positionieren, entweder auf der bullischen oder auf der bärischen Seite. So, was ich auch noch hier einblenden möchte, ist unsere Sektormap-Indikator, der kombiniert mit dem Kassandra-Indikator auch ganz interessant ist zu sehen. Also, das ist grundsätzlich eine Indikator, wo wir uns mehrere Sektoren anschauen, also die großen US-amerikanischen Indizes, aber auch internationale ETFs, Sektoren-ETF und ein paar Exoten. Ich mache es mal ein bisschen größer hier. Man kann auch hier erkennen, dass wir momentan keinen einzigen Sektor mehr haben, also keinen ETF hier in dieser Darstellung, der im grünen Bereich ist, laut unserer Trend- und Momentum-Technologie aufweisen. Wir sind entweder im roten oder im neutralen Bereich. Also, auch da nochmal bestätigt sich das Bild, dass wir eher momentan in einer Paz-Situation uns befinden, also in einer neutralen Situation und das muss weiterhin beobachtet werden. So, der zweite Chart, den ich zeigen möchte, ist ein Chart, den ich jetzt in den letzten Videos oft betont habe und ein Video, wo ich diesen Chart ausführlich analysiert habe, blende ich jetzt auch noch oben hier ein. Es geht um den Euro zum US-Dollar und ich glaube, diesen Text von The Wall Street Journal von dieser Woche fasst diese Korrelation sehr, sehr gut zusammen. Stock futures are falling and the dollar is rising. Also, der Aktienmarkt fällt und der Dollar steigt. Das ist genau das Bild, was man gerade beobachten kann. Hier, das ist der Verlauf des Euro zum US-Dollar. Man sieht, dass der Euro tatsächlich ein bisschen an Wert verloren hat. Das ist übrigens jetzt ein Wochenchart. Das heißt, jede Kerze stellt eine Woche dach. Es ist auch noch nicht so stark ausgeprägt, aber man sieht eine kleine Schwäche im Euro. Das bedeutet hier in dem Fall eine Stärke im US-Dollar gegenüber dem Euro. Man sieht, dass das Momentum des Euro gerade auch ein bisschen am Abflachen ist. Und in der technischen Analyse, das ist dieser berühmte, bekannte Indikator, den ich oft zeige hier von TradingView, sind wir immer noch auf Wochensicht im positiven Bereich. Also, da auch kann man noch nicht so sagen, es gibt jetzt eine klare Trendwende in diesem Währungsbar oder eine klare Trendwende im Aktienmarkt. Aber es muss weiterhin auch beobachtet werden, weil, wie gesagt, ein stärkerer Dollar würde aus meiner Sicht bedeuten, dass die Aktienmärkte fallen würden. Der US-Dollar gilt als sicherer Hafen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber, wie gesagt, wenn die Märkte fallen sollten, könnte man tatsächlich eine Verstärkung des US-Dollars dann beobachten. Das könnte auch ein bisschen als Signal fungieren für den weiteren Verlauf der Märkte. So, und dann komme ich zu dem nächsten Chart. Thomas, ich weiß nicht, ob du dir ab und zu eine Handtasche von Gucci oder Schuhe von Prada kaufst. Nein, leider kann ich nicht damit dienen. Nein? Okay, aber vielleicht Luxusaktien dann? Passt schon eher, ja. Also, LVMH oder so, das passt schon, ja. Also, die Botschaft heute ist, egal ob sie Luxusaktien kaufen oder nicht, ob sie auch Luxusartikel kaufen oder nicht, Luxusaktien sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und sie ab und zu beobachten, weil sie Auskunft geben könnten, wie der weitere Marktverlauf aussehen könnte. Also, was wir hier auf diesem Chart sehen, ist das Verhältnis zwischen zwei ETFs. Diese ETFs erkläre ich auch gleich. Der eine ist der RHS und der andere ist der RCD. So, und der RHS ist ein ETF, der defensive Basiskonsumgüter beinhaltet, beziehungsweise Aktien von Unternehmen, die Basiskonsumgüter herstellen. Und der RCD ist ein ETF, der eher Luxusaktien beinhaltet, beziehungsweise Aktien von Unternehmen, die jetzt nicht zum alltäglichen Bedarf gehören. Ich habe hier nochmal die Darstellung der Holdings oder der Top Holdings von diesen zwei ETFs. Also, hier nochmal der RHS. Da sieht man zum Beispiel Aktien von, also Church & Dwight, das sind auch Produkte aus dem Alltag, Tabakunternehmen, Clorox kennen wir auch, Supermärkte, also alles defensive Werte. Und im RCD sieht man zum Beispiel Aktien von Kreuzfahrtunternehmen, von Casino, von Urlaub, Tapestries, auch ein Luxusunternehmen und so weiter und so fort. Also eher so Güter, die man jetzt nicht im Alltag braucht. Für diejenigen, die sich ein bisschen mit den Sektoren auskennen, werden sie, sie werden vielleicht erkennen, aber eigentlich könnte man auch den XLP in Betracht ziehen für die defensive Basiskonsumwerte oder den XLY für die Luxuswerte. Und das ist auch richtig. Und diese zwei ETFs sind auch für Optionshändler sehr gut, weil sie auch eine gute Handelbarkeit aufweisen in dieser Option. Aber der XLP zum Beispiel, der Pendant zum RHS wäre, besteht zu 30 Prozent aus drei Aktien, Procter & Gamble, PepsiCo und Coca-Cola. Und das ist keine besonders gute Streuung. Also das ist nicht so wirklich ausgeglichen. Der RHS ist ein gleichgewichteter ETF. Sie sehen auch hier, dass die Gewichtung der einzelnen Aktien fast identisch ist, so um die drei Prozent. Und das macht die Streuung im Rahmen dieses ETFs ein bisschen sinnvoller, sage ich mal so. Und der XLY, also dieser Luxus-ETF oder Discretionary-ETF auf Englisch, ist das Pendant zum RCD. Und der besteht zu 38 Prozent aus zwei Aktien, Tesla und Amazon. Auch nicht so ganz ideal, wenn man, sage ich mal, den Luxusbereich ein bisschen ausführlicher abbilden möchte. Und der RCD ist hier gleichgewichtet. Auch hier sieht man, dass man ungefähr zwei Prozent pro Aktie in diesem ETF sieht. Und die Top 10 Aktien machen nur 20 Prozent des gesamten ETFs aus. Es gibt noch viel mehr Aktien hier in diesem ETF als diese 10, die man hier sieht. Also das ist nun mal zur Erklärung der Logik. Jetzt kommen wir zu der Kurve selbst und warum diese Kurve interessant ist zu beobachten. Also man sieht, dass die Kurve ab und zu steigt und fällt. Wenn die Kurve fällt, also diese blaue Kurve hier, dann bedeutet es, dass der defensive Sektor sich schlechter entwickelt als der Luxussektor, der als risikoaffiner gilt. Und wenn diese blaue Linie steigt, dann bedeutet es, dass die Marktteilnehmer eher in den defensiven Sektor flüchten und sich von den riskanteren Aktien, also von den Luxusaktien, ein bisschen verabschieden. So, und wenn ich das mit dem S&P 500 vergleiche, ich blende jetzt diese rote Linie ein, das ist der Verlauf des SPY, also des S&P 500, sieht man ganz klar diese negative Korrelation. Man sieht, dass wenn man weniger Lust hat, in defensiven Aktien zu investieren, und wenn man eher bereit ist, riskantere Achsen auch einzugehen oder in diese Aktien zu investieren, dann steigt auch entsprechend der Markt. Also die Risikoaffinität nimmt zu. Andersrum, wenn der Markt schwächelt, also sieht man auch hier sehr schön im ganzen Jahr 2022, dann flüchten die Marktteilnehmer in diesen defensiven Sektoren, kaufen eher Achsen von Unternehmen, worauf man eigentlich gar nicht verzichten kann. Ja, also Produkte aus dem Alltag, Reinigungsmittel und so weiter und so fort. Und das zeigt hier diese blaue Linie. Diese defensiven Aktien verhalten sich oder verlaufen stärker als die Aktien aus dem Luxus- oder Nicht-Basis-Konsum-Güterbereich. Und Montag ist es so, wir haben jetzt seit Ende Dezember, oder sogar Mitte, ja, ich sage mal so, das ist ein Wochenchart, seit Mitte Dezember steigende Märkte. Das haben wir ja beobachtet. Und tatsächlich sieht man auch hier diese blaue Linie, wie sie schön fällt. Das heißt, man verabschiedet sich von dem defensiven Sektor und geht ein bisschen in die riskantere Aktie ein. Interessant ist es zu sehen, wenn dieses Verhältnis kippt. Also man konnte sehen, schon hier Mitte, Ende November, Anfang Dezember, dass diese blaue Linie nach oben ging. Das heißt, Marktteilnehmer, und das sind ja in der Regel hier große Marktteilnehmer, haben angefangen, sich eher in defensive Werte zu positionieren und haben einen Abschied genommen von den riskanteren Werten. Und das, bevor der Markt auch seinen Top gebildet hat. Ja, kurz danach ging es dann im Jahr 2022 auch abwärts. Also diese Trennwende bei diesem Verhältnis ist auf jeden Fall wichtig zu beobachten. Man konnte es auch Anfang 2020 beobachten. Also zum Beispiel hier Mitte, Ende Januar 2020 und dann auch noch im Februar 2020 hat man gesehen, dass die Marktteilnehmer sich Schritt für Schritt auch in defensive Werte positioniert haben, bevor es dann an den Märkten richtig kollabiert hat. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter und einfacher Indikator. Den kann man sehr, sehr einfach in TradingView abbilden. RHS slash RCD. Und schon hat man dieses Bild hier dargestellt. Ja, und momentan ist es so, wir haben hier einen kleinen Knick nach oben gesehen in den letzten Wochen. Könnte eventuell auf eine bevorstehende Schwäche im Markt hindeuten. Letzte Woche hat sich das wieder ein bisschen beruhigt. Also auf jeden Fall beobachten, wenn diese blaue Linie wirklich nach oben tendieren sollte, dann wäre das auch noch ein Hinweis, dass die Märkte eventuell schwächeln könnte. Ja, also definitiv ein interessanter Chart, den wir auch in der TradeHelden Akademie oft beobachten. Wenn Sie Interesse haben an diesem Chart selbst, dann schicke ich diese Charts im Rahmen meines Newsletters heute Abend noch. Dann kriegen Sie den Link zu dem Chart und können Sie dieses Bild nochmal ganz in Ruhe auf Ihrem Bildschirm dann beobachten. Den Link zur kostenlosen Anmeldung zu meinem Newsletter finden Sie auch unten in der Videobeschreibung. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, das ist der Wochenchart. Genau, das ist ein Wochenchart. Man kann es auf Tagesschart oder Tagesebene sich anschauen, geht auch. Wenn man jetzt aber nicht unbedingt jeden Tag diese Indikatur sich anschauen möchte, reicht ein Wochenchart vollkommen. So, dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Thomas und ich veranstalten Ende April zwei Seminare, die getrennt voneinander sind. Einmal ein Power-Seminar für Optionstrader. Das ist am 26. April 2023 von 12 Uhr bis 20 Uhr. Das findet, wie gesagt, in Hamburg statt. Und da werden wir zwei Optionsstrategien darstellen. Die Icarus-Strategie und den asymmetrischen Diagonalspread. Das sind wirklich Optionsstrategien für Fortgeschrittene und für Deutsche, nur für Trading GmbH geeignet, für Österreicher und für Schweizer, für jeden geeignet. Und da werden wir richtig zur Sache gehen, sozusagen mit sehr, sehr spannenden Optionsstrategien. Und am Tag danach, wie gesagt, beide Seminare sind getrennt voneinander, veranstalten wir ein Strategien-Seminar am 27. April. Und dieses Seminar ist für alle Anleger geeignet, egal ob sie Option, Aktien oder ETF handeln. Und da müssen sie auch nicht fortgeschritten sein in dem, was sie tun. Das ist wirklich für jeden Trader geeignet. Und da werden wir vor allem sechs Strategien zeigen, die für jede Marktlage und für jeden Trader geeignet sind. Ich nehme kurz mal darauf ein. Also wir haben eine Momentum-Strategie mit Monatschart. Also typisch eine Strategie, wo Sie ganz ruhig einmal pro Monat sich die Charts anschauen und eventuell dann Ihre Trades platzieren. Das bedeutet überhaupt keinen, also kaum Aufwand. Da in einer Inflation-Deflation-Strategie, also je nachdem, wie die Inflation momentan aussieht und wie sie sich beschleunigt oder entschleugnet. Was könnten die Trades sein, die man da eingehen kann? Wenn Sie gerne Schwellenländer auch handeln möchten, also Emerging Markets, haben wir auch da eine Timing-Strategie vorbereitet. Dann haben wir ein Sektor-Rotationsmodell zwischen US-amerikanischen Aktien und nicht-US-amerikanischen Aktien. Also welcher Sektor bzw. welche Länder sind dann zu bevorzugen, je nachdem, was unsere Signale ergeben. Dann haben wir eine Strategie, die wir Super-Dow-Theorie genannt haben und schließlich eine sogenannte Intermarket-Strategie für das Trading von Gold mit gewissen Elementen, die dann dem Anleger helfen, zu dem richtigen Zeitpunkt in Gold einzusteigen oder eventuell auszusteigen. Genau. Möchtest du was ergänzen, Thomas? Du hast das perfekt gesagt, die Links sind in der Videobeschreibung und wir freuen uns schon auf ein sehr, sehr interessantes Seminar in Hamburg. Genau. Und wie gesagt, Präsenz-Seminar, das heißt, wir sind körperlich dabei. Nicht mehr per Video in der Zoom-Küche, sondern wirklich zum Anfassen da sozusagen. Genau. So, dann bleibt nur noch eins übrig. Ich verweise noch auf den Kanal von Thomas. Thomas hat wieder ein tolles Video gemacht zum Thema Volatilität, implizite Volatilität. Das zweite Video in der Reihe der Volatilität. Also kann ich nur empfehlen, da reinzuschauen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.